naja so schaut jetzt in der burg aus also wir haben hier hinten das gehege schon das sind jetzt die direkte ich habe eine mauer gezogen also übelst mauer gezogen also dies schon fast rundherum ja brücke hat dach die säulen und als clue hier feuerpfannen muss jetzt mal ein bisschen holz besorgen und dann warten bis dunkel wird und dann musste das mal im dunkeln ansehen das ist mal richtig graus ja hier geht es halt noch weiter hier hinten muss ich noch fertig machen so weit bin ich gestern aber dann immer gekommen nach 16 stunden habe ich dann wieder gesagt ich habe jetzt kein kein drive mehr und dann hast du ja hier schon mal ganz ganz kurzen blick drauf erhaschen können hier habe ich uns ja quasi ja ein server treffen raum gebaut da kommt dann später noch stühle hin und dann kann man sich hier richtig cool reinsetzen hier mit bad riesen da kommt dann später hier noch ein weinfass rein also ein bisschen tüfti 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 also es wird langsam hier auch mit den lichtspendern die sind von burg machte natürlich auch sehr geil die brauchen vor allem keinen 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 mehr die brauchen nichts die muss bloß kräften und dann brennt hier dann jetzt unser mega gewächshaus und 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 Check. Warum da kein Mais drin ist, so stehe ich nicht. Hatte das gestern alles gepflanzt, alles. Und jetzt sagt er mir, es ist nichts drin. Und jetzt sagt er mir, es geht 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 mir. Doch, ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt. Es ist ja, Dünger ist genügend drin, das was ich jetzt zum Dünger geholt habe, das war jetzt eigentlich bloß noch so ein bisschen zum Aufstocken. Ich habe gestern, ich habe ein Videobeweis. Äh. Achso. Okay. Ja, richtig. Es ist auch Wasser drin, also es hätte alles eigentlich, äh, 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 ja, alles gehen müssen. Wie gesagt, ihr habt es gestern abends extra gemacht, Malte Thompson, na, ich hoffe, dir geht es heute besser. Ich hoffe, du hast dich ein bisschen erholt und bist heute ein bisschen fit da drauf. Oder immer noch so, bist du immer noch so, äh. Ah, okay. War schon klar, Thompson, war schon klar. Ja, du hast eh gesagt, bist du erst mal kranker, oder? Oder, oder ist das schon wieder, ist das schon wieder rum? Ne, denke ich mal nicht, oder? Ja. 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 Du bist aber auch schon länger wach, oder? 7.23 Uhr? Okay. Also ich habe heute wieder eine totale komische Nacht gehabt. Ich bin x-mal aufgewacht. Total für den Arsch. Da kannst du nicht fit werden. Ja, das kriegen wir jetzt noch zwei, drei Kopfkissen. Das ist eher ein Kaffee. Wahrscheinlich nett. So, da brauchen wir eins, zwei, drei. Drei Platten. Und da sind es vier, das sind sieben. Sieben. Okay. Ja, dann haben wir... Äh, dann haben wir ja zwei neue Mods gestern noch drauf gemacht. Einmal den Papp Mod und einmal Echo, Echo, irgendwas bla 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 Mod für mehr Innendekos. Das sind ganz, äh, witzige Sachen dabei. Ja, ich finde das ganz cool, weil man kann halt jetzt ein bisschen mehr auch äh, 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 äh. Ja, überhaupt. Und beim, beim Echo finde ich zum Beispiel geil mit den ganzen Fahnen. Das passt halt auch richtig cool zur, zur Burg. Genau, Echo, RP, Dekor, den Mod. Also schon, schon cool. Was ist das eigentlich? Ein Kocher, okay. Ja. Das Roasterpick, das wäre die oben auf dem Tisch drin. Definitiv. Ah, Katze, was schimpst du schon wieder? So, machen wir die Saune nochmal hier rein. Vor allem ist voll witzig. Unsere vier, vier Rechse, die produzieren Eier, das ist nicht mehr feierlich. Na, gucken. Also jetzt sind es noch elf, aber ich bin nochmal gespannt, wie es dann heute Nachmittag ausschaut. So, die Bram am Internet. Die Bram am Ende. Äh, ganz clever. so muss mal gucken wie viel mauern ich jetzt noch brauch sie endlich mal fertig wird mal so das sind 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 15 ok servus malzeit und ein ein ein